guten tag ich habe dem film kleine trommel tamburo rollante trio pianoforte plus auf einen neuen ständer hingewiesen das ist er der passt auf alle vorhandenen basisständer von kolber kombi ständersystem er ist freischwingend das ist die nummer 140 fs free suspended die trommel hängt in gummiseilen ich kann den ständer sowohl für die moderne spielweise so schwingen ich kann ihn aber auch für die klassische spielweise so schwingen darüber hinaus habe ich hier zwei oder einen stockhalter mittig montiert asymmetrisch für die moderne spielweise in der mitte asymmetrisch für außen wenn die trommel schräg ist dann habe ich mehr platz weil sie nach rechts abdriftet ich hinge jetzt die trommel mittig ein an der unteren muschel vorbei von innen nach außen nur einhängen alles schnell und geräuschlos ohne schraubverbindung so jetzt hängt die trommel völlig frei im ständer ähnlich der großen trommel aufhängung kein kontakt zum ständer für schnelle wechsel ist in zwei ablagen empfehlenswert wenn ich ein mikrofon davor habe da habe ich keine geräusche beim ablegen sondern ich spiele kann sofort ablegen besuchen sie mich testen sie selber ich würde mich freuen